Ja, aber wie gesagt, was ich eigentlich fragen wollte, wir wollten eigentlich ab, weil am Anfang war schon mal scheiße, muss ich aber ganz klar sagen, ne, normalerweise ist der Anfangsapplaus viel euphorischer und da geht's richtig ab, aber wir waren ja auch noch nicht alle da, weißt du, ich zieh auch mal die Jacke aus, es wird zu warm, echt. Ich hab gedacht, man friert hier, aber... So, ich zähle es drei. Eins, zwei, drei und bitte! Ja, ja, ja. Hallo, Drabund! Wie ist die Stimmung? Scheiße! Wer schuld? Hu! Gerne, wenn das jetzt geht doch gleich viel besser. Man sollte auch Politiker genauso empfangen, du Witz. Untertitelung des ZDF, 2020